So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und heute haben wir auf jeden Fall ein neues E-Mode mit dabei. So, ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein in den Shop, aber denkt dran, ihr wisst ja, wenn ihr euch was gönnt, gerne meinen Creator-Code benutzen, YT-Family-Eck. Dann vergesst nicht alle Aufgaben gestern hochgeladen, die jetzt neu da sind. Auch da natürlich gerne reinschauen und natürlich, wir gehen direkt rein auf das E-Mode. Achtung. Ich hoffe, es wird nicht so oft gekauft und nervig werden, wenn wir das mal bespielen. So, und denkt dran, wenn ihr E-Mode sehen wollt, gerne auf meinem Kanal nachgucken, da habe ich eine extra Playlist gemacht, gerne auch da Support da lassen. So, was haben wir noch im Shop? Hier ist im Shop, ein schöner Skin, aber natürlich auch sehr auffällig. Dann Blockbeile. Dann grüner Arthur. Dann Cyclo ist wieder da. Der ist gefühlt auch immer öfters inzwischen im Shop mit passendem Rückenaccessoire. Und Boxine ist wieder drin, mit beiden Stilen, also hell und dunkel. Da gefällt mir auf jeden Fall hier die Variante zehnmal besser. Dann haben wir natürlich den Boxer selber drin, aber da sage ich ganz ehrlich, wenn man sich den schon gönnt, holt euch die Frau, weil der Mann sieht irgendwie, naja. So, dazu natürlich der Kartonklopper, aber den gibt es nur in einem Stilart, also das finde ich dann auch wieder ein bisschen schade, dass die hier nicht irgendwie noch einen zweiten Stil mit Schwarz dran gemacht haben. Dann Luftpolstergleiter. Und noch die Kartonkreation. So, das war das, dann, ja, wir wissen es ja, Copyright, eine gute alte Renegade ist dabei, wer das Video sich kurz angucken will, oben rechts, habe ich es ganz schnell eingeblendet, also, ihr wisst ja, Copyright. Dann Goldie ist wieder drin, mit passendem Rückenaccessoire, kann sie auch Katalea nennen, dann die Sturmtruperin. Dann, sauberer Sieg. Linedance. Und es setzt sich dort. So, dann geht es schon quasi zu John Wick, zu dem ganzen John Wick-Kraben. Gut, da ist jetzt auch nichts Neues. Snake Eyes, dann das berühmte Lacher-Paket. Rettepass, Fortnite Crew. Und denkt dran, für alle Rettet-die-Welt-Spieler, es gibt heute eine einzige V-Bucks-Mission, die ist bei Stufe 15. Es gibt 25 V-Bucks, aber die alten Arten von euch werden es ja wissen. Einfach reinlocken, V-Bucks abholen und in dem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich auch wieder. Wie gesagt, gerne ein Like dalassen, vergesst es bitte nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.